Herzlich willkommen zum Week-Preview mit Noah Schneeberger. Wir haben diese Woche nur eingeegnet, das ist der HCD am Sonntag. Noah, du hast sechs Jahre in Davos gespielt. Kennst du Davos in und auswendig? Wie denkst du, kann man den HCD am Sonntag schlagen? Ja, sicher mit einer soliden, defensiven, ausgeführten Leistung. Mit wenigen Fehlern versuchen zu erzeugen. Frech aufspielen, viel schiessen und Körperbeton spielen. Super, vielen Dank für das Week-Preview. Noah, hast du noch kurze Worte an die Fans? Für einen kleinen Schwung zu holen, damit wir auswärts mal mit der Überzeugung auftreten können. Kommt doch auf Davos, wir unterstützen uns. Bis gut zu können.